Hallo Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Let's Play mit mir, dem Master aller Dinge oder so. Ja, ich hatte es ja sozusagen mit dem Trailer schon angekündigt, wo allerdings noch eine Abstimmung dahinter lag. Die ist ja allerdings ein bisschen in die Hose gegangen und deswegen gibt es jetzt einfach ein Let's Play. Okay, guckt es euch an oder halt eben nicht. Ich würde es mir wahrscheinlich selber nicht angucken, weil es mir schon auf die Nerven geht, dass wirklich jeder so ein Let's Play macht. Aber gut, das müsst ihr letzten Endes entscheiden, ob ihr es guckt oder nicht. Und bevor ich euch jetzt die Ohren abkau, starten wir eine neue Welt. Wir nennen das mal Let's Play, damit ich weiß, mit was ich zu tun habe. Wenn ich hier so in der Liste rumscrolle und wir machen ein Seed Addicted to Master 1337. Ja, damit ihr vielleicht auch, wenn ihr Bock habt, in der Welt spielen könnt. Okay, starten wir das Ganze mal. So, dann wollen wir mal gucken. Welt wird generiert, ja. Mhm, mhm, mhm. Hier haben wir schon direkt... Ach, Partierche. Brauchen wir jetzt aber nicht, wir brauchen erstmal Holz. Das ist natürlich... Das ist wichtig, da hinten haben wir da schon einen schönen Wald. Hier ist aber ganz schön... ...ganz schön grasig. Ja, ähm, ich werde vielleicht, oder ich werde wahrscheinlich, bei dem Spiel, ähm, ab und zu mal Umfragen durchführen. Achso, das ist ja mein heißer Skin, den kennt ihr ja auch schon aus dem, äh, aus dem, äh, hier Dingens, ne. Aus dem Trailer. Und, ja, Umfragen halt, ne, was wir als nächstes machen wollen. Oder ihr könnt auch vorschlagen, schreibt dann einfach in die Kommentare. Und dann werde ich entweder darauf eingehen oder... ...drauf eingehen und sagen, dass ich nicht drauf eingehen werde. Also ich antworte auf jeden Fall. Oder sagen wir es mal so. Ich, äh, lese mir auf jeden Fall alles durch, was ihr mir schreibt. Und das war eigentlich wirklich ohne Ausnahme. So, wir bauen uns als erstes mal hier so eine Kiste. Ähm, ähm. Ähm, ich hab's heute mit der Stimme irgendwie. Keine Ahnung. Und dann fällen wir einfach mal den nächsten Baum. Ja, die, äh, Musik ist sehr beruhigend. Aber gerade...